Warum gehst du nicht nach hinten und holst diese merkwürdige, interessante neue Pflanze? Ich nenne sie Audrey 2. Was ist denn das für eine merkwürdige, interessante neue Pflanze da in ihrem Fenster? Eine merkwürdige, interessante neue Pflanze. Heim zu Skirol, Heim zu Skirol Per Subway, downtown, wo kein Taxi hält, downtown, wo der Putzer fällt, downtown. Sag mal, Seymour, wo hast du denn diese total verrückte Pflanze her? In der Skirol Oben im besten Teil der Stadt bist du Laub, Bursche, Putzma oder Küchenkuh Schickst dir mit dann schnell mal einen Hotbox rein Und lässt dich ohne Grund von deinem Chef anschreien Und oben im besten Teil der Stadt putzt du Die Leute haben auf der Straße ihre Lina schub Den ganzen langen Tatsenst du dir selber leid Noch fünf Uhr ist die Schlüsselzeit Dann geht's nach Downtown Wo man nimmt statt Welt Das hier ist eine große grüne Skolzmühne Downtown Wo das Mitleid fehlt, man ist droh In der Skitroll 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 Skitroll In der 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 Skitroll